Jo Leute, zur Liga sind der Netsche an dem Obers. Heute sollten wir in Eintrag abschliessen. Müsst ihr jetzt die letzte Liga spielen? Also wie es mir ist, wenn ich recht gerechnet habe. Müsst ihr das? Müsst ihr das? Müsst ihr das? Seit dem Spektrum an 2014 ist übrigens auch die Flutlichtanlage an der Headford Bridge auf dem aktuellen Stand. Wichtig, seitdem beleuchten moderne LED-Flutlichter das Spielfeld. Aber das hatte nicht nur Energieeffizienz und den Neid. Auch für die TV-Kameras ist das neue Licht ein echter Segen. Schuss! Das ist ja aufmerksam, gut von Bora. Merk näher. Und jetzt vielleicht über die Maria. Sehr gut aufgepasst. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chancen vorbei. Auf denen wollten wir heute ganz besonders achten. Und mit dem Dreierpack im letzten Spiel der Kamm. Dann muss die Kamm. Und dann schauen wir uns an. Und dann schauen wir uns an. Vom Kamm. Der Meister, da kann er ihm stoppen. Borini. Jung. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Gilobucci. Kazri. Von Arnold. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie eine überraschende Aktion. Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem. Klasse Technik. Schussverlust. Super Parade. Super, er hat den Ball. Gibt jetzt die Gelegenheit. So hält man den Ball in der eigenen Reihen, fantastisch. Und nur ein Schuss. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Könnte gefährlich werden, bis die Ecke. Mit der Ecke. Aber dann der Ball. Mit der Ball hat er das jetzt auch noch eingeladen. Die Leute, ja, dann werden sie mal auf dem Ball. Auch wenn der Ball den Ball geht. Und, dann geht der Aufwärtschern. Dann geht die Kochen. Ich kenne dich da. Und er macht es genau so, wie wir es von ihm erwarten. Wir sind jetzt also in Führung. 1-0. Kirchhoff. Herr Maul. Komm, jetzt hab ich ihn dabei zu gucken. Fähre Einsatz hier. Vielleicht gehen wir. Sind wir die Maria. Angel die Maria. Oder hat sich auch noch gestopft. Das war eine gute Geregenheit. Es ist schon... Ah. Von Arnholz. Gut und fair, das der Kling. Kirchhoff. McLean. Das ist beeindruckend. Wir passen, 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 passen. Das ist ein Senderzumel. Dürräng mir vor. Und da muss er aufheben. Das ist ein Senderzumel. Aber es ist ein Senderzumel. Da ist mir so, wie ein Senderzumel zum Kostball kommen lassen. Und jetzt wird es gefährlich. Das wird jetzt gefährlich. Schon noch die Mitte, schon noch die Mitte, ah, das ist gut, da ist ja gut. Was will ich tun? Steige spiel! Arschbegleit wird angezeigt, es gibt noch die feine guten Augenlauung. Das ist schon schön sehr leer. Das ist schon schön. Leider ist hier noch keine richtige Schilder. Das ist so ziemlich schwierig zu gehen. Die Taten erlaubst du das? Hunter! Oh, shit. Nebenwahrer unter sich. Oh, shit. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das ist ein Wunder. Ach, Strasse, Achtung gegen ihn. Kiefer auf. Kirchhoff. Das könnte nicht fort werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft cool, aber noch finden sie keine Lücke. Ausgleich. Und jetzt, Frau Räger. Sehr gut aufgepasst. Schon. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Gefährliche Blanke, aber der Verteidiger ist für erstes Ball. Matitsch. Vielleicht gibt es eine Ausdeckung bei der Heimatgab. Er ist eine Ausdeckung. Anton. Matitsch. Er hat zuletzt volles Spielzeug. Die Pronto wird zeigt deutlicher hoch. Die Teamkollegen wird's freuen und er will der Rika weiter nachlesen. Rika. Warte mal auf. Achtung. Achtung. Egal. Wieder raus. Achtung. 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 I ch Da geht der Blatt rein ins Tor sehr gut zu machen. Pferde von Kippo-Kotter. Einseit wiederhundert hin, der Schliefer auf ist völlig oben. Aspikikweta jetzt. Aspikikweta. Jetzt hat er selber für Thunderlade, der Szenar, wird jetzt ganz sicher sehr viel defensiver schieren lassen. Schaut mal auf die Technik aufliegt, jetzt hier nur noch defensiv zu verlieren, Wenn's flöd läuft, kassieren Sie einen Link, und dann könnte es, ihr kennt das ganz schwerwert, und zwar den Noten zu nehmen. Gut aufgemacht von Dolter, den war Hunter. Hunter, Alex Hunter. Kale. Gut aufgemacht von Dolter. Angel von Scherze da. Guter, er hat's mal geklärt. Und jetzt geht er nach vorne. Sie warten ganz gedrückt. Und die Schoen. Ecke. Hallo, Alex. Das könnte was werden, war im Haus, gibt Ecke für Chelsea. Ob ihr noch antwortet, lange zu spieren ist nicht mehr, und das steht unentschieden. Was? Du hast es nicht mehr dem Angriff! Tolle Planke! Gute Planke, aber noch besser vermutlich. Gute Planke, aber noch besser verteidigt! Und jetzt zu Ende pro Tag mal zum amendieren.